In vorangegangenen Clips haben wir uns angeschaut, wie man ein Gant-Diagramm mit Excel erzeugen können. Heute verwenden wir eine Open-Source-Software OpenProi und schauen uns an, wie man damit Gant-Prozesse oder Gant-Diagramme erzeugen können. Das Thema Gant wurde von einem Henry Lawrence Gant 1910 entworfen und bedeutet nichts anderes, dass also die Länge der Balken die Dauer von einem Vorgang praktisch anzeigen. Gut, wir starten hier ein neues Projekt, sagen wir mal einfach Projektmappe. Ich bin der Manager, Startdatum machen wir mal nächsten Montag und wir machen eine Vorwärtsplanung mal und sagen OK. Und wir sehen jetzt hier auf der rechten Seite, hier ist also eine Kalenderstruktur, links Vorgänge und ganz links haben wir verschiedene Ansichten zur D-Komma später. So, wir fangen jetzt einfach mal an, bestimmte Vorgänge hier aufzulisten. also zum Beispiel Deckblatt, dann Arbeitsplan, Planung und Ausdruck. So, je nachdem wie die Dauer dann entsprechend ist, also wenn wir jetzt hier das Blatt brauchen wir schon ziemlich lange und wir sehen jetzt auch gleich einen farblichen Unterschied. Wir haben hier einen sogenannten kritischen Pfad, das bedeutet, dass hier dieser Pfad einer gewissen Zeitlichkeit unterworfen ist, also hier bis zu dem Endzeitpunkt, das ist genau bestimmt, während die anderen beiden Arbeitsbereiche nichts mit dem Ende oder Anfang zu tun haben. Anfang tun sie alle drei gleich, aber in Abhängigkeit zum Enddatum stehen die jetzt hier völlig offen und sind praktisch unkritisch. Wenn man sie zusammen in Verbindung setzt, also ich kann jetzt hier drauf klicken mit der Maus, dann hier unten eine Verknüpfung ziehen, dann haben wir hier entsprechend zwei kritische Pfade, das heißt, wenn der eine Vorgang abgeschlossen ist, kommt dann sofort der nächste dran. Der hier steht extra, ist wahrscheinlich so definiert, dass er so früh wie möglich anfängt. Darum steht er hier beim Startdatum und das Enddatum, das schiebt sich natürlich entsprechend nach hinten raus. Ich kann jetzt auch hierher gehen mit der Maus, eine Verknüpfung setzen und dann ist das unser Endzeitpunkt von diesem Projekt. Warum haben wir jetzt hier eine Lücke, die ist ganz einfach so zu sehen, hier Samstag, Sonntag, da ist Wochenende, da geht das Programm automatisch davon aus, dass nicht gearbeitet wird. Wenn ich das Ganze jetzt also auf drei Tage kürze, dann habe ich das ganze Projekt in einer Woche angesiedelt. Ja, was gibt es noch? Ich kann hier zum Beispiel den Ausdruck auf 0 setzen, dann habe ich hier einen sogenannten Meilenstein. Meilensteine entstehen, wenn man also die Dauer auf 0 setzt und an der Stelle wäre praktisch ein entsprechender Projektvorgang oder Projektschritt abgeschlossen. Ich kann auch hier oben hingehen und sage ich neu und dann nenne ich das mal Projektmappe und kann dann natürlich die unteren drei Schritte einrücken. Dann habe ich hier also einen entsprechenden Pfadprojektmappe, kann ich auch einklappen und der ist aufgeteilt Deckblatt, Arbeitsplanung und Ausdruck und habe entsprechend diese Aufteilung. Gut, dann sehen wir uns mal kurz die Ansichten dazu an. Ich habe hier auch einen Netzplan. Hier ist aufgeteilt die Dauer und die Abfolge, also die Mappe ist aufgeteilt in Deckblatt, Arbeitsplanung und Ausdruck. Dann habe ich hier eine Ressourcenanzeige. Hier habe ich allerdings noch keine Ressourcen zugewiesen. Dann habe ich eine WBS-Ansicht, also Work Breakdown Structure, im Deutschen nennt man das dann Projektstrukturplan und das soll nichts anderes als eine Kostenübersicht sein. Hier habe ich noch mal so ein Männchen dazu und da habe ich noch keine Einträge dazu. Das kann man uns aber auch hier anschauen. Ich kann jetzt hier auf dieses, also wenn ich hier auf den Vorgang klicke, kann ich auf dieses Männchen klicken. Da habe ich jetzt aber noch nichts drinnen. Okay, dann gehe ich hier einfach mal auf Ressourcen und stelle bestimmte Ressourcen zur Verfügung. Ich sage einfach Hans und Peter. Dann habe ich nämlich zwei entsprechende Mitarbeiter und die kann ich jetzt entsprechend zuweisen. Ich kann jetzt also hier sagen, in dieser Gantt-Ansicht, wenn ich hier entsprechend das Deckblatt dem Hans zuweise, dann macht der das eben. Und ich kann hier die Arbeitsplanung dem Peter zuweisen und dann ist die Arbeit entsprechend aufgeteilt. Und jetzt habe ich hier auch entsprechend die Liste gefüllt. Ich habe auch hier im Kostenplan, habe ich auch die Ressourcen zugewiesen und hier habe ich eine kurze Übersicht nochmal über das Projekt. Und die zwei Schaltflächen, die zeigen einmal das Projekt, also die Vorgänge an, wo die Ressourcen untergeordnet sind. Und hier umgekehrt, hier habe ich die Ressourcen, also die Personen, die beteiligt sind und hier die Einzelteile, die hier entsprechend gefertigt werden, untergeordnet.